Metaphysik in fünf Minuten erklärt? Ich versuche es mal! Unter Metaphysik verstehen wir eigentlich ein System von Gesetzen, von Gesetzmäßigkeiten, aber auch von Formen, wenn man so möchte, wie denn der Mensch mit der Materie, mit dem Außen zusammenspielt. Aber noch viel mehr. Es gilt eigentlich für alle Lebewesen. Das heißt, wir wollen ein Weltbild haben, ein Konzept, wie denn das Leben funktioniert, wie wir das Außen, diese Materie, aber auch Situationen, Aktionen, vielleicht auch das Wetter, wie wir das selbst erschaffen und mit kreieren. Das heißt, alles Lebendige ist ein Teil von dieser Welt und das kann nicht einfach ausgespart werden, so wie die Schulphysik das gerne macht. Die beschränkt sich sehr auf eine Beschreibung von messbaren Dingen und spart dabei sehr viele Dinge aus, die wir aber trotzdem kennen. Überleg mal, Gefühle, Gedanken, Leben. Wo kommt das in der Schulphysik vor? Das heißt, Metaphysik versucht hier diese Dinge in ein großes Konzept zu bringen. Allerdings Physik heißt auch, Gesetzmäßigkeiten, Regeln, Zusammenhänge zu erklären. Das bekannteste Prinzip ist wahrscheinlich das Karma-Prinzip, nämlich das Prinzip von Ursache und Wirkung. Das heißt, nichts passiert zufällig, alles hat einen Grund und häufig liegt dieser Grund in unseren Gedanken. Überleg mal, in der Schulphysik, in der Schule oder wo auch immer, bekommen wir immer erklärt, wie die Dinge zusammenhängen, wie die Kräfte sich messen, wie das Wetter entsteht, warum ein Auto funktioniert etc. Das ist ja schön und gut. Aber warum kann ich diesen Arm bewegen, nur weil ich es will? Das erklärte keiner. Es gibt viele offene Fragen und gerade die Quantenphysik hat ganz viele tolle Erkenntnisse schon seit über 100 Jahren geliefert, die die Schulphysik nicht beantworten kann. Denn ganz klar ist, dieser Mensch, dieser Beobachter, dieser Selbstphysiker, dieser Wissenschaftler, der die Wissenschaft betreibt, beeinflusst selbst das, was er beobachtet. Metaphysik versucht also, ein großes Bild aufzuzeigen. Nur dieses große Bild werden wir nicht aufzeichnen können als solches, aber wir werden einige Gesetze, die unseren Erfahrungen auch entsprechen, einfangen können. Und dazu gehört auch ein Prinzip von Hermes Trismegistus, das lautet, der Geist beherrscht die Materie. Der Geist erschafft erst die Materie. Wir haben in der Schule gelernt, dass meine Aktion zu einer Reaktion oder Konsequenz führt im Außen. Ja, ich nehme einen Hammer, schlag was kaputt, es zerbricht. Wie ist es aber möglich, dass jemand das rein mit Gedankenkraft schafft? Wie ist es möglich, dass Shaolin-Mönche schweben? Oder andere Leute rein mit ihrer Konzentration und ihrem Wunsch und ihren Gedanken Objekte bewegen? Wie ist Telepathie möglich? Warum kommunizieren Pflanzen miteinander, obwohl wir das nicht messen und beobachten können? Ja, selbst unsere Schulphysik gibt ja zu, dass sie 90 Prozent dieser Welt gar nicht beschreiben und messen kann. Metaphysik möchte sich also dem gesamten Bild widmen, wo es ganz klar Interaktionen gibt, die das Raum-Zeit-Kontinuum, so wie wir es in der Schule als Physik gelernt haben, plus dieser aktive, schöpferische Mensch, der da sicherlich mit seinen Gedanken, aber auch mit seinen Emotionen mitspielt, mitwirkt. Hier gibt es einen ständigen Austausch, um den genauer zu beschreiben und ein bisschen zu verstehen, worauf es ankommt. Das sollte Metaphysik liefern. Und ich versuche das auch in meinen Vorträgen, Beiträgen, Kursen und so weiter. Es ist natürlich ein großes Feld und in fünf Minuten erklärt, denke ich, habe ich heute das Wesentliche, worauf es ankommt, nämlich die Gedanken, die du dir immer wieder einpflanzt zu einem Thema. Manchmal kann es auch sein, dass du zu einem neuen Thema noch gar keine Gedanken hast und die einzige Meinung, die dir unterkommt, die manifestiert sich. Hier geht es also um Dominanz. Welche Gedanke ist am dominantesten und welchem gebe ich am meisten Kraft? Und diese Kraft hängt nicht davon ab, wie gut sie ist, sondern nur wie intensiv. Deshalb seid vorsichtig mit eurer Power. Man kann schon mal aus Ärger sich zu etwas Positivem handeln. In der Regel ist es aber die Freude und die Begeisterung, die wirklich die Power hat, Tolles zu erschaffen für euer Leben. Und das sollte eigentlich mehr gelehrt werden in den Schulen. Wie schaffe ich es, meine Begeisterung einfach zu nutzen und mir nicht kaputt machen zu lassen. Das war's von mir. Für die fünf Minuten, denke ich, habe ich möglichst viel untergebracht. Hast du noch Fragen oder Ideen, Gedanken? Dann bitte schreib mir doch im Kommentarfeld oder gib mir ein Like, wenn es dir gefallen hat. Aloha, Namaste.